hallo und herzlich willkommen zurück bei shazadi spielt ikaros unsere mission im schnee haben wir ja erfolgreich beendet und ich würde sagen wir gucken jetzt einfach mal nach dem neuen schiffgebiet hier haben wir auch noch 150 credits obwohl ich im moment eigentlich mit der ausrüstung so an sich relativ zufrieden bin hier kann man dann noch verschiedene module einsetzen ich natürlich auch nicht schlecht und dann entsprechend das pfeilbündel hier kriegen wir dann schöne bürgen dazu das war ja auch ach das wäre was für mich carbon beiden schienen ist natürlich auch nicht schlecht ne gegen gift impfstoff aktueller impfstoff 123 1000 forschungskosten und 750 credits an herstellungskosten ist natürlich auch nicht ohne also schusswaffen haben wir jetzt hier so gar keine da würde ich glaube ich langfristig echt mal hier drauf gehen wollen bündel mxk nerven feine gift feine stachel feine obwohl so viel projektil fern haben die jetzt auch nicht ne 25 pfeil mit annehmbarer qualität und leistung ein erschwinglicher zuverlässiger effizienter bogen mit annehmbarer leistung ja ich weiß nicht nicht dass dann die sachen die hier unten haben viel besser sind wir haben aber forschungskosten schon 300 dann müssen wir noch ein bisschen credits für verdienen das packen wir schon mal wieder ins landeschiff unsere standard ausrüstung so und ich würde sagen wir gucken uns jetzt mal die neuen schiff gebiete an und ja hier hat sich auch ein bisschen was getan ihr seht hier sind zusätzlich ja wie soll man es nennen schiff gebiete dazu gekommen die halt sehr knapp in der zeit sind und und hier seht ihr es für die hat man nur noch sechs und okay gut dass wir die schon durch haben hier oben haben wir jetzt noch mal hardcore extermination und ja ich weiß nicht ob das so oder fährt man nur sechs stunden zeit nein 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 das dafür brauche ich noch ein bisschen zeit glaube ich also da habe ich mich noch überhaupt also mit der mission habe ich mich überhaupt nicht wohl gefühlt ähm hier unten die haben wir gott sei dank schon durch da waren wir das letzte mal auch hier unten im eis die haben wir ja auch erledigt und hier gibt es lauter neue mission die aber nur einen tag gehen das finde ich schon ein bisschen straight muss ich sagen mhm weil man hat ja jetzt auch nicht unbedingt einen ganzen tag zeit die die ähm missionen zu erledigen hier haben wir auch missionen sechs stunden sechs stunden einen tag sechs stunden ui 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 ich würde sagen wir machen mal es ist die 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 hier da so? Ja, Betreiber Lagos-Gruppe, Biom-Flussgebiet-Canyons, Hintergrund, die jüngsten Versuche, eine zu den Canyons führende Route zu eröffnen, ist gescheitert. Doch die Berichte über ein unterirdisches Hüllennetz scheinen vielversprechend. Die letzten Erkundungsthemen sind nicht zurückgekehrt, konnten jedoch Informationen über die ungefähre Lage des Netzwerks übermitteln. Mission findet durch das Hüllennetzwerk einen Weg in die Canyons, damit in diesen geschürft werden kann. Bedingungen der Betreiber stellt Bohrausrüstung zur Verfügung, damit Hindernisse im Untergrund beseitigt werden können. Treibstoffe und andere Infrastruktur sind jedoch vom Vertragspartner bereitzustellen. Okidoki. Ja dann, ab dafür. Da bin ich mal gespannt. Das hört sich fast so an wie die eine Mission, oder so ähnlich an wie die eine Mission, die auch schon in der Beta war. Mal schauen. Es ist wieder laut. Ich sehe auch gerade oben links, wir haben noch einen Talentpunkt und 13 Entwurbspunkte. Den Talentpunkt könnten wir ja nochmal setzen, ne? Tatsächlich. So. Okay. Mhm. Hm. Hmm. ok das hört sich ja super beruhigen dann nicht mal gucken was wir machen sollen wie gesagt so eine ähnliche quest gab es schon in der beta ich bin gespannt erstmal ein bisschen sammeln dann gucken wir jetzt gleich mal die laufen schon wieder schlafsäcke rum oder wie wir gucken jetzt gleich erstmal wo wir überhaupt hin müssen hier haben wir noch mal ein talent mehr holz durchfällen höher im enttagen gewichts kapazität finde ich gut grund gesundheit grundbewegungsgeschwindigkeit finde ich auch nicht schlecht war erst mal die grundbewegungsgeschwindigkeit so dann holen wir uns noch ein paar steine und dann legen wir direkt gleich los halt uns hier gar nicht lange auf es sei denn wir müssen hier irgendwo hin und das war ich immer zu bezweifeln so dann brauchen wir gleich auch erstmal kurz so ein bisschen hier noch oxid der bogen ist wichtig so viel brauchen wir jetzt nicht erreichen 30 erstmal weil wir gehen so schnell wie möglich auf auf knochenpfeile den kann man schon mal herstellen und nämlich wieder erschrocken man wird hier echt paranoid alles klar wo ansonsten eine fackel können wir uns schon mal noch herstellen und vielleicht so ein zwei verbände ist okay gut so jetzt sind wir schon wieder haben wir die kirchenmäuse macht aber nichts ach so wo müssen wir überhaupt welche richtung müssen wir überhaupt mal gucken ach natürlich die bakterien sind auch schon wieder da nach nord ok ok gut sie haben jetzt auch schon mehrmals gesagt dass ich hier mit doppelklicken ihren marker setzen kann finde ich auch ganz okay auf der anderen seite ist das ja alles hier so sehr schlauchwärmig aufgebaut das heißt man ist trotzdem gezwungen das öfter mal auf die map zu gucken weil man halt nicht einfach per luftlinie meistens dort hinlaufen kann wo man hin muss so hallo hasi und ich würde sagen dann mal noch ein bisschen stuff im einfachen grund ich würde mir auch gerne möglichst schnell die rüstung machen so moment ich wollte erst mal moment wir haben hier zwei kisten ok aus den zwei kisten kriegen wir einmal die bohr ausrüstung und einmal tank ausrüstung und also brauchen wir uns das nicht selbst selbst machen sondern wir bekommen das quasi gestellt zumindest zum größten teil was wir hier brauchen so ach die klamotten kann ich hier gar nicht machen ach die habe ich hier noch gar nicht doch ich habe hier nur leder gelernt ne ach die viecher hm ja ich habe hier nur leder und ok dann brauchen wir dafür doch eine werkbank dann kann ich auch öffnen zu pflücken abären sind immer wichtig noch ein paar blaue steine sollten vielleicht auch irgendwo mal einen baum mitnehmen aber ich habe das immer lieber so ein bisschen am rand wo ich auch die umgebung ein bisschen beobachten kann da nehmen wir noch einen baum mit dann gehen wir direkt zu dem ersten zu dem ersten container würde ich sagen erstmal schon mal dass wir so den grund haben 10 uhr 57 morgens ok dann wird auch bald wieder wetter kommen wir kennen das ja hier gut so das haben wir das haben wir aber uns ist noch kein schlafsack über die über den weg gelaufen ne hm das ist ein bisschen doof ach wird noch kommen die schlafsäcke lassen ja nie lange auf sich warten würde ich sagen so wir nehmen noch einmal auf sieht mit und dann geht es direkt los frage ist nur wo müssen wir denn dann nachher hin ist auch alles gar nicht so weit kürbis ein bisschen mais kann auch nicht schaden nämlich immer so ein stack mit das sind immer zehn stück den elften essen war roh den anderen können wir uns nachher mal in ins lagerfeuer packen na guck war schon gut ausgestattet nur ein mörchen soll grad sagen normalerweise gibt es sie doch im rudel ja das ist um halb bis jetzt erstmal noch vegetarisch unterwegs noch ein mörchen ich trau dem frieden hier noch nicht deswegen bin ich so ein bisschen das sind keine bären ja noch bären hier haben wir noch bären noch bären überall bären Gämsen nö ne Gämsen möchte ich eigentlich jetzt nicht töten ähm das meine ich man ist halt hier wieder sehr zielstrebig unterwegs wenn man diesen marker da hat ach so ja ok hier unten kommt aber auch direkt das wasser war das nicht hier die west wo die bären kam und durchsprung sind so beherzig aber das war anders ich weiß es gar nicht mehr und gibt es denn hier keine wölfe wir müssen doch irgendwo wölfe sein wenn die sich beleidigt oder was was hier los mit euch jungs auch ein bett pronto na was wir auf jeden fall schon mal machen können fällt mir gerade ein so jetzt bräuchten wir eigentlich noch ein bett ja mürchen nee keine hefe hefe hause und ich kenne keine hasen mehr wenn es nicht wenn ich es nicht unbedingt muss ach natürlich wieder bakterien why not heute los ich habe das selten wegen schauer ja die kann man glaube ich überleben hier haben wir noch speise kürbisse ok habe ich so viel kram im inventar jetzt auf die märchen ich will eigentlich an die höhere so allerdings auch schon da wo müssen wir eigentlich hin das kann doch soweit nicht mehr sein ne das kann doch soweit nicht mehr sein äh sind die wölfe ausgestorben oder wat normal begrüßen die einen doch immer schon direkt aber hier heute so wir haben urlaub wir sind in den weihnachtsferien heute gibt es keine wölfe hallo ich muss so in irgendwas pennen muss jetzt ernsthaft hasen töten weil alles andere gibt uns ja kein fell ach klar auch noch ein paar wassermelonen why not würde ich mal sagen wir fressen uns mal so durch die haben wir auch noch nicht die auch so essen da kommen manche magenvergiftung müssen wir dann hin das muss doch hier irgendwo sein es kommt bestimmt gleich ein bär um die ecke was war das da hinten ist die kiste 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 kommt dann irgendwas böses oder so ich hoffe nicht ich möchte jetzt keine bösen überraschungen nee hullbohrer mädelbohrer nicht mehr lange, das ist gut. Hier aber nochmal Maffamelonen. Gut. Mich ärgert das ein bisschen, dass wir keine Wölfe oder irgendwas finden. Das ärgert mich jetzt wirklich sehr. So, jetzt muss ich erst mal gucken, wie wir überhaupt laufen müssen. Wir müssen hier links lang. Und dafür braucht man halt die Map. Man kann schlichtweg nicht einfach geradeaus per Luftlinie auf diese Marker zulaufen. Von daher wird man immer auf die Map gucken müssen. Vielleicht wenigstens schon mal ein bisschen Fleisch? Was? Respekt. Was war da? Das war doch ein Kopfschuss. Ich sehe das Reh nicht mal. Egal, jetzt haben wir es äh Ja. Blind erschossen. Ich kriege mal jetzt wenigstens schon mal ein bisschen Knochen, ein bisschen Ah, oh, ein Fell haben wir gekriegt tatsächlich. Okay. Fehlen ja nur noch 19. Hm. Also, dass die Wölfe heute hier so spärlich sind, finde ich ein bisschen seltsam. Hallo, Icarus. Das ist doch viel zu einfach ohne Wölfe. Halt aber auch kein Wolfmann, ne? Nichts? Haut hin, Stille. Möhrchen. Möhrchen. Man hört sämtliche andere Tiere, aber keine Wölfe. Das ist übel. Da ist ein Wolf. Wolf, 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 Wolf. Hi. Na du? Freut mich voll, dich zu sehen. Und das meine ich diesmal wirklich, wirklich ernst. Du ich. Bestimmt. So. Gut. Jetzt vielleicht irgendwo noch ein Wolf. Hm. Ich sehe zumindest keinen. So. Gleich erst mal gucken, wie viel. Haben wir jetzt überhaupt haben, hier zum Essen. Hier. Kürbisse haben wir jetzt zehn. Können wir auch beide essen. Wir haben jetzt immerhin schon zehn Fälle. Dann machen wir uns mal Knochenpfeile. Noch elf Stück. Perfekt. So. Also ich würde jetzt schon gerne direkt mal noch die zweite Kiste finden wollen. Wie weit ist sie noch weg? Noch gar nicht mehr so weit. Ja. Meine Regel sind die dann gar nicht so weit weg, die Wölfe, wenn die erst mal hört. Ne, da hinten ist ein Hirsch. Wolffi, 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 Wolffi. Hi. Sag dir doch. In der Regel sind sie dann gar nicht so weit weg, weil sie erst mal warten. Neun. Ah, nein. Mist, ey. Ey. Ein Fell fehlt. Manchmal habe ich das Gefühl, da läuft jemand unmittelbar hinter mir. So hört sich das zumindest manchmal an. Ja, eine Gänse bringt uns kein Fell. Ich wollte doch keine Bären mehr sammeln. Egal. Oh, der bringt uns eine Gänse auf. Ach so, jetzt fällt ihr darunter. Nicht runterfallen. Wir können ja mal gucken. Komm, bitte ein Fell. Nö. Natürlich nicht. Fell wird völlig überbewertet. Dann gib mir bitte noch ein Wolfspiel. Ich mag jetzt keinen Hasen töten. Mäh. Wo ist denn jetzt der Hirsch hin? Hä? Ja, ich wollte gerade sagen, da war noch eben ein großer Hirsch. Boah, ich habe nichts gesehen. Ja. Höre Wölfe, aber relativ weit weg. Nicht ein Fell. Oh Mann. Wir haben eben bei dem Reh wenigstens eins geträgt. Na, wir gehen mal weiter gucken. Wenn nicht, muss ich echt irgendwann ein armes Hasen nehmen. Ich möchte kein armes Hasen nehmen müssen. So. Das machen wir kaputt, weil wir haben von allen wieder jetzt schon zu viel. Außer vom Fell. Ja. Keine Wölfe. Normalerweise schleichen die doch hier immer rum. Mölk. 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 Also selten so wenig Wölfe gehabt. Ach, da wäre noch ein Reh gewesen. Da vorne ist ein Hase. und das andere jetzt nicht so gut kann ich ihn noch nicht mal für übel nehmen ja da hat obs wieder nicht mitgespielt oh sehe ich da vorne einen Bären oh oh das ist nicht gut ja auf jeden Fall habe ich mir gerade nur noch hier aus der zweiten Kiste quasi das elektrische Werkzeug geholt und Solarkollektor, elektrisches Werkzeug das sieht aus wie Kabel, Solarkollektor, klar Strom und ich denke mal mit dem Teil können wir dann den Bohrer betreiben und ja ich habe dann natürlich Wölfe in rauen Mengen gehabt nachdem ich den letzten Wolf erschossen hatte der gereicht hat für einen Schlafsack und ja danach kamen natürlich massenweise Wölfe ganz klar ich hatte nur leider nicht mitbekommen dass ja obs sich aufgehängt hatte war aber jetzt auch nicht tragisch also ihr habt nichts weiter verpasst außer dass ich die zweite Kiste noch leer gemacht habe und noch ein paar Wölfe gekillt habe die gerade schön im Lagerfeuer durchbrutzeln quasi und ja ansonsten nichts mehr groß gemacht und ich würde sagen da unten müssen wir dann hin das machen wir dann in der nächsten Folge gucken mal was da Sache ist sieht schon nice aus von hier oben ja dann würde ich sagen wenn es euch gefallen hat lasst mir gerne einen Daumen nach oben da schaut euch auch die anderen Videos auf meinem Kanal an und wenn euch gefällt was ihr seht würde ich mir ein Abo natürlich am meisten freuen beim Abonnieren Glocke aktivieren nicht vergessen damit ihr immer über alles Wichtige informiert bleibt und ja ich würde sagen wir sehen uns dann das nächste Mal habt bis dahin eine schöne Zeit eure Shazadi ciao ciao